Polizeiberichte Berlin 26. November 2022 Wenn du keine Polizeiberichte oder wichtige Meldungen der Polizei Berlin verpassen willst, abonniere unseren Kanal. Bericht, zwei Schwerverletzte bei Unfall Nummer 2259 Bei einem Verkehrsunfall in Charlottenburg wurden in der vergangenen Nacht zwei Menschen schwer und ein Mensch leicht verletzt. Nach derzeitigen Erkenntnissen war ein 44-jähriger Taxifahrer gegen 0.50 Uhr von der Kauerstraße kommend in den Kreuzungsbereich Ottosurallee-Kauerstraße-Leibnizstraße eingefahren und dort mit hoher Geschwindigkeit mit dem vorfahrtberechtigten Taxi eines 33-Jährigen zusammengestoßen. Durch den Zusammenstoß wurde das Taxi des 33-Jährigen gegen einen Ampelmast geschleudert. Der 33-Jährige Taxifahrer erlitt Verletzungen an Armen und Beinen, er musste ambulant in einem Krankenhaus behandelt werden. Eine 72-Jährige und ein 72-Jähriger, beide Insassen in dem aus der Kauerstraße kommenden Taxi, wurden bei dem Unfall schwer verletzt. Mit stark blutenden Verletzungen im Bereich von Kopf und Hals brachten alarmierte Rettungskräfte sie in Krankenhäuser. Die Kreuzung musste für den Zeitraum der Unfallaufnahme und der Bergung der beiden fahrunfähigen Fahrzeuge gesperrt bleiben. Bericht, Mann nach Brandtot aufgefunden Nummer 2260 Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Schöneberg ist gestern Abend ein Mann ums Leben gekommen. Eine Anwohnerin hatte Feuerwehr und Polizei gegen 20.50 Uhr zu dem Haus in der Maßenstraße alarmiert, da sie aus einer darin befindlichen Praxis das Signal eines Rauchmelders vernommen hatte. Die Einsatzkräfte begingen daraufhin die Räumlichkeiten, stellten dabei aber fest, dass aus einer an die Praxis angrenzenden Wohnung im Hinterhaus des Gebäudes Rauch nach draußen zog. Bei den Löscharbeiten des Feuers in der Wohnung wurde ein Mann tot aufgefunden, bei dem es sich wahrscheinlich um den Mieter der Wohnung handelt, eine Identifizierung ist bisher jedoch noch nicht möglich gewesen. Ein weiterer Bewohner des Hauses kam mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Die noch andauernden Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung hat ein Brandkommissariat beim Landeskriminalamt übernommen. Bericht Fußgänger bei Unfall mit Einsatzwagen verletzt Nummer 2261 In Tegel wurde gestern Abend ein Fußgänger bei einem Unfall verletzt, bei dem auch ein Einsatzwagen der Polizei beteiligt war. Nach derzeitigen Erkenntnissen soll der Einsatzwagen gegen 19.50 Uhr mit eingeschallt Etem Blaulicht und Martinshorn auf dem rechten Fahrstreifen der Berliner Straße in Richtung Karolinenstraße zu einem Einsatz unterwegs gewesen sein. Der 53-jährige Fahrer eines Lkw, der ebenfalls in der Berliner Straße in Richtung Karolinenstraße unterwegs war, bog vom linken Fahrstreifen nach rechts, in die Einfahrt eines Supermarktes, ab. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, fuhr der Fahrer des Einsatzwagens nach derzeitigen Erkenntnissen daraufhin nach rechts über die Einfahrt auf den Gehweg und erfasste hierbei einen 26-jährigen Fußgänger, der Verletzungen am Kopf erlitt. Der Mann musste ambulant in einem Krankenhaus behandelt werden. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an. Bericht, mit Gullideckelscheibe eingeworfen, Festnahmen Nummer 2262 In zivil gekleidete Einsatzkräfte des Polizeiabschnitts 11 nahmen in der vergangenen Nacht in Weidmannslust einen Jugendlichen und einen heranwachsenden fest, die im Verdacht stehen, in eine Tankstelle eingebrochen zu sein. Gegen 1.20 Uhr beobachteten die Beamtinnen und Beamten die 16- und 20-Jährigen gemeinsam mit einem weiteren Tatverdächtigen, bei dem es sich um einen 17-Jährigen handeln soll, wie diese mit einem Gullideckel eine Scheibe der Tankstelle im Zabelkrügerdamm beschädigten und das Geschäft anschließend betraten. Bei dem Versuch, zu flüchten, konnten der 16- und der 20-Jährige vorläufig festgenommen werden. Dem dritten Tatverdächtigen gelang zunächst die Flucht in unbekannte Richtung. Bei dem aufgegriffenen Jugendlichen und dem Heranwachsenden stellten die Einsatzkräfte mutmaßliches Diebesgut, darunter Zigaretten, sicher. Beide kamen zur erkennungsdienstlichen Behandlung in einen Polizeigewahrsam, da sie Angaben unter dem Einfluss von Medikamenten zu stehen, wurde ihnen Blut abgenommen. Anschließend kamen sie auf freien Fuß. Der 16-Jährige wurde von Angehörigen abgeholt. Die Ermittlungen wegen schweren Diebstahls und Sachbeschädigung führt die Kriminalpolizei der Polizeidirektion 1, Nord. Bericht, Schusswaffengebrauch angedroht. Nummer 2263 In Lichtenberg musste ein Polizist gestern Nachmittag den Gebrauch seiner Schusswaffe gegen einen aggressiven und mit einem Hammer bewaffneten Mann androhen. Gegen 16.45 Uhr hatten Zeuginnen und Zeugen die Polizei zum U-Bahnhof Frankfurter Allee alarmiert, weil dort mehrere Männer in Streit geraten waren. Als der erste Einsatzwagen vor Ort eintraf, schubsten sich die Beteiligten und schrien sich an. Als die Polizisten die Streitenden daraufhin aufforderten, auseinanderzugehen, soll ein 36-Jähriger, der einen Zimmermannschämmer in der Hand hielt, auf einen der beiden Polizisten zugelaufen sein. Beide Beamten zogen daraufhin ihre Schusswaffen und einer von ihnen forderte den aggressiv wirkenden Mann unter Androhung des Schusswaffengebrauchs auf, den Hammer umgehend fallen zu lassen. Erst nach mehrmaliger Aufforderung kam der stark alkoholisierte Anspruch Henné demnach. Nachdem er auch der Aufforderung, sich auf den Boden zu legen, nachgekommen war, legten ihm die Polizisten die Handfessel an. Der wohnungslose 36-Jährige wurde zwecks Identitätsfeststellung zu einem Polizeiabschnitt gebracht und anschließend wieder entlassen. Eine Auswertung der Videoaufnahmen der BVG ergab, dass der Mann nicht aktiv an der zuvor stattgefundenen Auseinandersetzung auf dem U-Bahnhof beteiligt gewesen war. Gegen ihn wird nun wegen einer Bedrohung mit Waffen ermittelt. Bericht Ohne Führerschein unterwegs und Unfall verursacht Nummer 2264 In Britz verursachte in der vergangenen Nacht ein junger Mann einen Unfall, bei dem das von ihm genutzte Fahrzeug Feuer fing. Nach derzeitigen Erkenntnissen fuhr der 23-Jährige, der nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, gegen 22 Uhr mit einem Mercedes von der Gilower Straße in die Fritzreuther Allee und missachtete hierbei die Vorfahrt eines 49-jährigen Autofahrers, der in der Fritzreuther Allee in Richtung Britz-Süd unterwegs war. Beide Fahrzeuge stießen zusammen, es entstand Sachschaden. Durch den Unfall geriet der von dem 23-Jährigen gesteuerte Wagen im Bereich des Motorraums in Brand. Alarmierte Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten die Flammen. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Der 23-Jährige gab an, das Fahrzeug ohne Einverständnis seines Vaters genutzt zu haben, der sich derzeit im Urlaub befinden soll.